Sie können unseren Wein natürlich trinken, ohne sich viel Gedanken zu machen. Einfach, weil er gut schmeckt. Aber da würde Ihnen etwas entgehen. In unserem Wein steckt nämlich noch viel mehr. Jede Flasche von Schloss Vollraths ist Teil einer über 800-jährigen Geschichte. In jedem Glas stecken die Erfahrungen vieler Winzergenerationen und die Besonderheiten unserer Rheingauer Böden und unseres Klimas. Unsere Weine laden Sie ein zu einer Entdeckungsreise, bei der Sie Schloss Vollraths und die Menschen kennenlernen werden, die heute mit derselben Leidenschaft und demselben Qualitätsbewusstsein Wein machen, wie ihre Vorgänger in früheren Jahrhunderten. Unsere Entdeckungsreise beginnt im Frühjahr. Im April erwachen die Weinberge rund um Schloss Vollraths aus dem Winterschlaf. Noch ist den Weinstöcken wenig anzusehen. Doch es ist nun nur noch eine Frage von Tagen, bis die Knospen aufbrechen werden. Im Schloss ist alles bereit für einen neuen Jahrgang. Seit über 2000 Jahren wird im Rheingau Wein angebaut. Schon die Römer erkannten, dass hier die Trauben besonders gut wachsen. In Schloss Vollraths ist der Weinbau bis zurück ins 13. Jahrhundert belegt. Schloss Vollraths gehört damit zu den ältesten Weingütern Deutschlands. Arbeitsmethoden und Technik haben sich im Laufe der Jahrhunderte laufend weiterentwickelt. Doch an unserer Passion für den Wein hat sich nichts geändert. Damals wie heute gilt unsere Leidenschaft diesem großartigen Getränk. Die Weinsorte, die im Rheingau die interessantesten Weine hervorbringt, ist der Riesling. Und so bauen wir auf unseren 81 Hektar konsequent nur diese Traube an. Denn hier findet der Riesling ideale Bedingungen. Einen geologischen Untergrund mit Quarzit, Schiefer und Löslehm, nach Süden geneigte Hänge und das optimale Klima mit viel Sonne, aber nicht zu viel Hitze. Der Riesling ist die Rebsorte des Rheingaus. Doch Riesling ist nicht gleich Riesling. Es gibt hunderte von Varianten. Wer einen Weinberg neu bepflanzt, muss sich entscheiden. Für hohe Erträge oder einen perfekten Geschmack und feinste Aromen. Für uns ist das keine Frage. Höchste Qualität hat bei jeder Neupflanzung absoluten Vorrang. Bei der Auswahl der sogenannten Klone spielt auch der Klimawandel eine Rolle. Vermutlich werden unsere Weinstöcke es in Zukunft mit höheren Temperaturen zu tun haben. Ob sich die monatelange Arbeit im Weinberg gelohnt hat, zeigt sich im Herbst. Zunächst aber gilt es, den richtigen Zeitpunkt für den Beginn der Weinlese zu finden. Das sind ja jetzt die goldgelben Beeren, schon ganz braune Kerne und kleine Kerne. Die lösen sich schon gut vom Fleisch. Und bei den grünen Beeren haben wir noch ganz sulziges Beerenfleisch. Die Kerne haben Kerne, die noch grün sind, die noch weiter reifen können. Bevor es mit der Lese losgeht, sehen wir uns unsere Trauben sehr genau an und nehmen Proben. Jede Lage ist anders. Das sieht man jetzt deutlich, dass die zwei goldgelb sind und hier ist noch mehr Reifepotenzial drin. Bei manchen Trauben in dieser Lage hat bereits die sehr erwünschte Edelfäule eingesetzt. Für die Lese bedeutet das, dass wir hier sehr selektiv vorgehen müssen. Im Schloss sehen wir uns die Proben aus den Weinbergen genauer an. Je nach Reifegrad der Trauben können ganz unterschiedliche Weine entstehen. Auch von Trauben aus ein und derselben Lage. Das sind die Trauben, aus denen normalerweise Qualitätsweine gemacht werden, grün, saftig. Das sind die Trauben, die wir heute lesen wollen für ein Kabinett, goldgelb. Aus den ganz kleinen goldgelben Beeren mit schon einer sehr dunklen Beerenhaut werden die spätlesend gemacht. Das ist die beginnende Edelfäule. Da ist zwar noch viel Saft drin, aber man sieht, dass die Beere schon beginnt hier einzutrocknen. Das ist die Traube aus der Auslese gemacht werden. Wenn sie weiter eingeschrumpft ist und fast rosinenartig, dann gibt es die Beeren auslesen. Und aus den ganz eingetrockneten, in denen fast gar kein Saft mehr, sondern eher so ein Mus noch drin ist, das sind die Trockenbeeren. Damit man das vielleicht nicht nur schmeckt, wenn man die Trauben isst, sondern auch mal sieht, was es an analytischem Ergebnis hat, pressen wir jetzt die Trauben mal aus und gucken, wie der Öchslegehalt, also der Zuckergehalt des Saftes ist. Sollen wir mal sehen, ob unser Eindruck im Weinberg sich auch bestätigt, wenn wir das nochmal messen. Ja, das sind jetzt so 82 Öchsle. 82 Grad Öchsle, das ist mehr als genug für einen Qualitätswein mit Prädikat. Doch wie sieht es mit dem Geschmack und den Aromen aus? Das ist noch nicht reif. Schmeckt noch sehr grün, dominante Säure. Gute Fruchtigkeit, erinnert aber in der Aromatik eher so an grüne Äpfel, bisschen Zitrone. Wir wollen die Aromen für ein Kabinett ja reifer haben, also die lassen wir auf jeden Fall noch ein bisschen hängen, die grünen. Und wie sieht es bei den goldgelben Trauben aus? Das sind die, die wir brauchen. Die haben jetzt 90 Grad Öchsle. Aus denen kann man dann sicherlich einen sehr guten Kabinett machen. Wenn wir das so umsetzen können in der Lese, ist das sicherlich genau richtig. Ja, man sieht schon an der Farbe, die Farbe ist schon gelber, ist nicht mehr ganz so grün. Bildet sich auch in der Aromatik ab. Da geht es jetzt eher in Richtung Pfirsich, Aprikose, gelbe Pflaumen. Naja, also, das sieht so aus, als ob sich das lohnen würde. Hier haben wir schon mal 118 Grad Öchsle. Damit ist klar, die Lese kann beginnen. Im Weinberg bekommen die Lesehelfer Instruktionen, was getan werden soll. Das wollen wir euch jetzt mal zeigen, welche Trauben ihr heute lesen sollt. Das sind die idealen Trauben für Kabinettwein. Den wollen wir heute hier ernten. Das gibt ganz fruchtige, ausdrucksstarke, komplexe Kabinettweine. Die hier sind noch grün. Die bleiben am Stock, nicht abschneiden. Die hier auf dem Boden. Die sind sehr spät verblüht, sind noch ganz sauer. Und manche Trauben haben eine beginnende Portritis. Hier zum Beispiel. Dann schneiden wir in der Mitte durch und nehmen in den roten Eimer. Und danach gehen wir auf den Tisch zum Selektieren. Die im grünen Eimer, die Hälfte im roten Eimer. Das bleibt das auf dem Boden. Alles klar? Alles klar. Auf geht's. Wir haben schon Jahre gehabt, da haben wir bis zu fünf, sechs Durchgänge durch die Trauben gemacht, um immer das jeweils reifste Lesegut herauszuholen und den anderen Trauben einfach noch die Zeit zu lassen, ein bisschen nachzureifen. Wenn sie so wollen, ernten wir unsere Trauben, wie sie zu Hause Tomaten oder Erdbeeren ernten würden. Sie holen immer nur die Reifen, die Reifenfrüchte, die am intensivsten schmecken, weg. Bei uns kommt dann noch dazu, dass wir auch eine ganz konkrete Vorstellung haben, für welchen Typ von Wein wir die Trauben ausselektieren. Und das macht dann letztendlich die Handlesekräfte nicht nur unentbehrlich, sondern unglaublich wertvoll. Also, da kommt uns zugute, dass unsere Handlesekräfte teilweise schon über 30 Jahre zu uns kommen. Das sind also wirklich keine Saisonarbeitskräfte, sondern das sind Facharbeiter für uns. Unsere Erntehelfer kommen aus Polen. Manche von ihnen sind mehrmals im Jahr bei uns, denn in den Weinbergen ist eigentlich immer etwas zu tun. Die Hauptsaison aber ist der Herbst. Denn für unsere Art der selektiven Lese braucht man viele Hände. Machen, glaube ich, wenige so intensiv. Bei uns ist es halt so, wir bauen ausschließlich Riesling an und wollen verschiedene Geschmacksstufen, verschiedene Qualitäten aus einem Jahrgang, aus einem Weinberg, aus einer Rebsorte anbieten. Und da ist die Selektion der Trauben eigentlich das Maß der Dinge. Das ist das Mittel, das wir einsetzen, um diese Vielfalt des Rieslings abzubilden. Aber ist sehr aufwendig, ne? Das ist schon einfach im Leben. Sehr viel schneller geht die Ernte natürlich mit dem Vollernter. Und auf einigen Lagen setzen wir den auch ein, wenn die Voraussetzungen stimmen. Der Vollernter macht nur bei einem sehr homogenen Erntegut einen Sinn. Die Trauben müssen gleichmäßig ausgereift sein oder es muss eine manuelle Vorselektion stattgefunden haben. Dann allerdings sind die Maschinen sehr nützlich. Die Technik ist inzwischen so ausgereift, dass Trauben und Pflanzen schonend behandelt werden. Wir können unsere Weinstöcke, den Maschinen also getrost anvertrauen. Und manchmal löst der Vollernter für uns Probleme, die uns früher Kopfzerbrechen bereitet hätten. Wenn zum Beispiel eine Regenfront gemeldet ist, kann der Vollernter in diesem Weinberg das homogene Traubengut, das vorselektiert wurde von unseren Lesekräften, dann einsammeln. Und diese Kombination von Handlese und Maschinenlese ist eigentlich eine sehr gute Option. Gerade dann, wenn im Herbst, im Oktober oder im November Schlechtwetter gemeldet ist. Unmittelbar nach der Lese bringen wir die Trauben ins Schloss zum Keltern. Der Weg ist nicht weit. Unsere Weinberge liegen ausnahmslos in unmittelbarer Nachbarschaft. Zum Keltern haben wir zwei moderne Pressen im Einsatz. Die elektronisch gesteuert, die Trauben auf eine sehr schonende Weise auspressen. Der frische Most wird gefiltert und gelangt über Rohre in die Gärtanks, wo Hefe zugesetzt wird. Wir verwenden Edelstahltanks. Die Holzfässer der Vergangenheit sind längst nicht mehr im Betrieb. Holzfässer haben natürlich im Vergleich zu den Edelstahltanks einen großen Nachteil. Holz gibt Geschmack ab. Durch die Holzfässer wurde der Weingeschmack natürlich intensiv verändert. Es kam die Idee auf, die Aromen eins zu eins, das heißt also die Aromen der Traube, möglichst in die Weinflasche hineinzubekommen. Und so kamen die Edelstahltanks auf. Mit den Edelstahltanks hielt auch die Kühlung im Kellereinzug. Die Temperatursteuerung macht es möglich, die Vergärung in den Tanks sehr präzise zu kontrollieren. Damit können wir sicherstellen, dass alle Aromen im Wein erhalten bleiben und nicht unkontrolliert entweichen. In den Tanks verwandelt die Hefe den Zucker in Alkohol. Das Gluckern der dabei entweichenden Kohlensäure ist in diesen Wochen der typische Sound des Weingellers. Wir machen einen zeitlichen Sprung zurück in den Frühsommer. In unseren besten Lagen sind kurz nach der Weinblüte unsere Mitarbeiter mit Scheren unterwegs und machen etwas Seltsames. Ja, sie sehen richtig, sie schneiden die Trauben in der Mitte durch. Viel Arbeit. Das Resultat zeigt sich im Herbst. Das ist also eine sehr lockere, goldgelbe Traube, sehr klein, weil der untere Teil eben bei der Traubenhalbierung entfernt wurde. Und so sieht eine Traube aus, wo diese Traubenhalbierung nicht durchgeführt wurde. Der untere Teil ist noch dran. Die Farbe ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Die Farbe ist ein Indikator für die Reife. Also das heißt, die halbierten Trauben reifen sehr viel früher. Sie sind sehr viel aromatischer im Geschmack. Sie sind aber auch sehr lockerbeerig. Dadurch bleiben diese Trauben sehr, sehr lange gesund und können lange, lange am Stock hängen bleiben. Das sind die idealen Voraussetzungen auch für spätgelesene Trauben. Einige Wochen später. Die ersten Nachtfröste haben die Weinberge rot-braun gefärbt. Jetzt sind die Spätlesen an der Reihe. Die Edelfäule, der Pilz Botrytis, hat in den Trauben für einen höheren Zuckergehalt gesorgt. Das Wetter ist hervorragend. Kein Regen, noch immer viel Sonne. Wir können die Trauben in einem hervorragenden Zustand ernten. Der Zuckergehalt liegt in diesem Jahr bei rund 100 Oechsle. Wir sind mehr als zufrieden. Im Weinkeller kann Kellermeister Herke schon einmal die ersten Proben ziehen. Wie wird er werden, der neue Riesling von Schloss Vollraths? Ist die Gärung abgeschlossen? Hat der Wein die erhofften Aromen, die richtige Farbe? Alle Sinne sind gefragt. Auge, Nase und Ohren. Und was hört man jetzt? Das Knacken der Kohlensäure. Also Sie hören so ein ganz bisschen das Perlen der Kohlensäure. Und das kann man an so Gläsern unheimlich gut hören. Und das dient jetzt dazu, einfach festzustellen, ist da noch Gärung, ist Energie? Das heißt, gast noch Kohlensäure aus oder gast keine Kohlensäure mehr aus? Der wichtigste Test passiert jedoch im Mund. Denn natürlich muss der Wein schmecken. Nach der Gärung haben wir Jungwein. Das heißt Wein, wo die ganze Hefe noch drin schwebt. Ein sehr, sehr rustikaler Wein. Die Säure ist noch nicht harmonisiert. Die Weine sind sehr trocken, weil die Gärung normalerweise so weit lang geht, wie der Zucker in dem Wein ist. Und dieser Jungwein muss ich dann noch harmonisieren. Wie lange dauert das dann bei Ihnen? Wir nehmen uns da eigentlich sehr viel Zeit für die Jungwein-Harmonisierung. Für uns ganz wichtig ist, dass die Weine möglichst langen Hefekontakt haben. Aus diesem Grund wird die Hefe von uns auch aufgerührt, ganz vorsichtig aufgerührt nach der Gärung. Und der Hefekontakt wird eigentlich bis Januar vorgenommen. Danach lassen wir die Hefe absetzen und können den Wein dann abstechen. Die Abfüllungen beginnen normalerweise bei uns Ende März. Allerdings ziehen sich die Abfüllungen bei uns eigentlich den ganzen Sommer hin. Verschlossen werden die Flaschen bei uns mit Glas verschlüssen. Damit wird Korkgeschmack sicher verhindert. Und der Wein kann sehr lang gelagert werden. Die Weine verändern sich natürlich. Sie verändern sich geschmacklich. Es gibt Kunden, die lieber die fruchtigen, jüngeren Weine wünschen. Wir haben aber auch genauso gut Kunden, die den ausgereiften Riesling mögen. Das ist einfach Geschmackssache. Also ich persönlich trinke Rieslinge eigentlich viel lieber, wenn sie etwas ausgereift sind. Das heißt eigentlich, wenn sie mal mindestens drei Jahre alt sind. Und ansonsten ist nach oben hin keine Grenzen. Im Weinberg ist noch einiges zu tun. Nach der Lese müssen die Weinstöcke für das folgende Jahr vorbereitet werden. Die Reben, die in diesem Jahr getragen haben, sind zurückzuschneiden. Die richtigen Routen mit der richtigen Augenzahl müssen stehen bleiben. Das ist unser wichtiges Werkzeug und Rebschnitt, meiner Meinung nach, unsere wichtige Arbeit. Und das läuft krumm, läuft die ganze Zeit krumm. Wirklich. Jeder Mitarbeiter hegt und pflegt seine Rebenschere. Alle wissen, wie wichtig ihre Arbeit ist. Und sie sind stolz darauf. Ich finde das toll. Mit der Mannschaft draußen, sie gehen mit zehn oder zwölf Mann. Da sehen wir wirklich am Feierabend, jeden Abend genau was wir geschafft haben. Und das ist doch gut, oder? Nach dem Rebenschnitt könnten die Weinberge in den Winterschlaf versinken. Doch da gibt es noch etwas. In einer eisigen Nacht Anfang Dezember herrscht plötzlich Hochbetrieb im Weinberg. Der Eiswein wird gelesen. Das Thermometer zeigt minus 13 Grad. Die Trauben sind steinhart gefroren. Jedes Jahr heben wir einige Reihen in unseren Weinbergen für diese Rarität auf. Denn der Wein, der aus diesen Trauben gewonnen wird, ist etwas ganz Spezielles. Da das Wasser in den Trauben gefroren ist, enthält der Most besonders viel Zucker. Und das sorgt für einen einzigartigen Geschmack. Der Eiswein ist etwas Besonderes. In der Regel ist es der Endpunkt der Lese. Das ist eigentlich immer so der krönende Abschluss des Jahrgangs. In manchen Jahren war es so, dass wir den Eiswein dann auch nicht abgefüllt haben, weil es uns unseren Qualitätsansprüchen nicht genügt hat. Aber das ist sicherlich, denke ich, wird unter die Top 5 der Eisweine der letzten 25 Jahre hier kommen. Das ist ja auch eine logistische Herausforderung. Wie kriegen Sie das auf die Reihe, dass Sie alle da richtig da sind? Da gibt es so eine Liste, wo sich jeder, nein, freiwillig ist das nicht, wo man eingetragen wird. Und dann wird vorgewarnt, da müssen alle ran. Alles eigentlich Büro, Verkauf, Keller, Außenbetrieb. Und wer dann sagt, er hat das Telefon nicht gehört, der kriegt dann auch mal geschimpft. Vor allen Dingen ein tolles Team-Event. Also wir sind heute im Prinzip alles Mitarbeiter von Schloss Vollraths, die zum Teil sonst das Jahr über nicht im Weinberg arbeiten. Und für die ist es auch immer eine tolle Gelegenheit, mit den anderen Kollegen mal rauszugehen und eben gerade diesen Abschluss der Weinberg dann auch ein Stück weit zu feiern, wenn man so will. Es muss schnell gehen in dieser Nacht. Der Wetterbericht hat näher rückende Warmluft angekündigt. Das wäre fatal. Nach zweieinhalb Stunden sind über vier Tonnen gelesen und ins Kältehaus gebracht. Auch hier muss es ohne Pause weitergehen, denn die gefrorenen Trauben dürfen unter keinen Umständen auftauen oder auch nur antauen. Die große Presse füllt sich mit steinhart gefrorenen Weintrauben. Ein spezielles Programm der Elektronik beginnt mit der Pressung. Langsam steigt der Druck und die Spannung beim Team. Dann endlich die ersten Tropfen, die ersten Rinnsaale. Und dann die Frage. Wie viel Oechsle bringt der Eiswein dieses Jahr? In einem Jahr hatte unser Eiswein über 300 Oechsle. Der höchste je gemessene Wert. Und diesmal? 195 Grad Oechsle. Läuft wie Öl ins Glas. Und wie ist er? Klasse. Schöne Säure. Herzhaft. Ganz, ganz sauber. Toll. Super Eiswein. So muss es sein. Nun endlich kann rund um Schloss Vollraths Winterruhe einkehren, bis im Frühjahr ein neuer Jahrgang unsere Mitarbeiter in die Weinberge ruft. Wie immer schon in den letzten 800 Jahren. in den letzten semana war das Geschäft überlassen, Oh, been медicâm, Da freedom sindارiert.